Unser gemeinsames Beten und Singen, das Hören auf das Wort Gottes und die Christusbegegnung in der heiligen Eucharistie sind doch nicht zu Ende. Unsere Prozession wird durch ein Teil unseres Lebens aufbauen. Im heiligen und gewandelten Brot, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die vielen Lob- und Danklieder singen wir auf dich, unseren Gott, auf deine erhabene Größe. Die Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020